Ja, hallo und herzlich willkommen. Ja, in diesem Video mache ich jetzt ein Training. Ich habe jetzt hier zwei Hände. Eine wiegt 12,5 Kilo, also insgesamt 25 Kilo. Solche, eins von denen wiegt 2,5 Kilo, also insgesamt 5 Kilo. Ich habe gerade so gemacht, jetzt mache ich nochmal so. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war mein kurzes Video für mein Training. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einfach einen Daumen hoch, teilt dieses Video oder abonniert mich. Ja, ich mache vielleicht auch noch mehrere Videos vom Training, ja. Okay.